Ich studiere den Master Sozialrecht und Sozialwirtschaft hier an der Universität in Kassel und das hängt vor allem damit zusammen, dass ich schon in meinem ersten Studium der sozialen Arbeit gemerkt habe, dass mich dieses Zusammenspiel aus Wirtschaft und Recht und das im Sozialwesen total interessiert. Auch als ich in dem Bereich gearbeitet habe, habe ich das gemerkt und da war die Uni Kassel ein Stück weit für mich ein Perfect Match und ich habe mich entschieden, den Master hier an der Uni zu beginnen. Hier in Kassel bekomme ich nicht nur eine umfassende sozialrechtliche Ausbildung, sondern kann auch in die wirtschaftlichen Aspekte des Sozialwesens eintauchen, sprich lösungsorientierte Ansätze aus der Praxis mit den durchaus komplexen Inhalten des Sozialrechts verbinden und dieser Abschluss, Master of Laws, ist dadurch eigentlich eine perfekte Vorbereitung für eine Karriere im Sozialsektor oder im öffentlichen Dienst. In meinem Studium habe ich zum Beispiel den Kurs Unternehmensführung in der Sozialwirtschaft belegt, weil ich mich neben den sozialrechtlichen Inhalten auch für Bereiche wie soziale Innovation und nachhaltiges Wirtschaften interessiere. Unsere Studierenden erwartet ein vielfältiges Studienprogramm. Sie erwerben nicht nur vertieftes Wissen im Bereich des Sozialrechts, sondern auch im Bereich Wirtschaft und Management. Unsere Studierenden kommen aus verschiedensten Studiengängen, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften und aus der sozialen Arbeit. Viele unserer Studierenden bringen berufliche Erfahrungen nach dem Bachelorabschluss mit. Durch unsere Reflexion im Studium bereiten wir sie optimal auf unterschiedlichste Berufstätigkeiten vor. In unserem Masterstudiengang studieren sie gleich an zwei Standorten, nämlich an der Universität Kassel und an der Hochschule Fulda. Und Kassel hat einen weiteren Standortvorteil. Beim Bundessozialgericht findet sich die größte deutsche sozialrechtliche Bibliothek. Die können unsere Studierenden nutzen. Und sie können Richterinnen und Richter als Lehrbeauftragte in unserem Studiengang treffen. Ein Highlight im Studiengang ist die Möglichkeit eines Auslandssemesters an verschiedenen attraktiven Partneruniversitäten. Ein weiteres Plus daneben ist die Kombination aus Forschungsseminaren und der Kontakt zu Branchenexperten. Dadurch können wir Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen und Perspektiven in und aus der Praxis. Nach meinem Studium kann ich mich dann genau in diesem Schnittpunkt zwischen Recht und Managementaufgaben einbringen. Und was mir da besonders hilft, hier in Kassel, aber auch in Fulda, ist der enge Austausch, den man hat zwischen den Dozierenden und den Studierenden und den Kleingruppen, in denen man zusammenarbeitet. Das ist einfach eine gute Atmosphäre. Diese sehr persönliche Lernumgebung und die individuelle Betreuung hilft mir einfach dabei, meine Ziele zu verwirklichen und die Herausforderungen des Studiums zu meistern. In unserem Masterstudiengang können die Studierenden juristische Expertise und interdisziplinäres Können in sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Bereichen erwerben. Dadurch qualifizieren sie sich nicht nur für Spitzenpositionen im sozialen Sektor, sondern auch daran, am gesellschaftlichen Wandel teilzuhaben. Unsere Absolventinnen und Absolventen arbeiten in der öffentlichen Verwaltung, in Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, in der freien Wohlfahrtspflege und sie können auch eine wissenschaftliche Laufbahn mit einer Promotion im juristischen oder sozialwissenschaftlichen Bereich einnehmen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und wir können unseren Studiengang auch in Zukunft guten Herzens empfehlen. Wenn du Lust hast auf eine vielseitige Ausbildung im Bereich Jura, Soziales und Wirtschaft, dann ist der Masterstudiengang Sozialrecht und Sozialwirtschaft genau das Richtige für dich. Hier hast du die Möglichkeit, dein juristisches Know-how mit deinen wirtschaftlichen Interessen zu verbinden und zu einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.